Hallo zusammen, es ist mal wieder Montag, es gibt ein neues Video. Heute geht es, wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, um meine Meinung zu Sattelgurten. Aber nicht irgendwelche bestimmten, sondern Sattelgurte im Allgemeinen. Da wurde ich jetzt auch wirklich schon oft von euch danach gefragt und ich dachte, wir machen einfach mal ein kurzes Video dazu. Vielleicht kann ich dem ein oder anderen nachgehen, was ihr genau wissen wollt, denn es ist ja wirklich so ein riesengroßes Thema, wo man das nicht jetzt innerhalb von fünf oder zehn Minuten abhandeln kann. Deswegen, nach dem Intro geht es los. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr hier unten vielleicht sehen könnt, sind viele unserer Abonnenten bzw. viele unserer Zuschauer leider keine Abonnenten. Wenn ihr aber Lust habt, uns so ein bisschen zu unterstützen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt einmal auf den Abonnieren-Knopf drückt, denn dadurch vergrößert ihr so ein bisschen die Reichweite unseres Kanals und es kriegen vielleicht auch Leute unser Video angezeigt, die uns so gar nicht auf den Schirm haben oder überhaupt nicht wissen, wer wir sind und was wir machen, aber vielleicht auch auf der Suche nach solchen tollen und informativen Videos sind. Deswegen, jetzt einmal abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen und jetzt geht es direkt weiter mit dem Video. So, es geht heute um meine Meinung zu Sattelgurten. Also, wie ich schon gesagt habe, Sattelgurte ist ja wirklich so ein riesengroßes Thema und es gibt da gefühlt eine Million verschiedene Gurte auf dem Markt. Deswegen, das hier jetzt irgendwie alles an ein Video zu packen, würde so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich dachte mir, ich gebe euch mal meine Gedanken dazu wieder. Vielleicht kann ich den einen oder anderen von euch so ein bisschen weiterbringen in dem, was ihn vielleicht gerade an Fragen quält oder was ihn an Fragen plagt. Ja, also wichtig ist ja, wie gesagt, was ihr wissen wolltet, die Länge des Sattelgurtes, dass das wirklich richtig bemessen ist. Wir switchen jetzt gerade einmal rüber auf den Bildschirm. Hier habe ich was aufgemacht. Das habe ich bei Mattes auf der Internetseite gefunden und zwar ist es wichtig, dass die Schnallen eines Gurtes hier unten aus dem Ellenbogenbereichs raus sind. Also aus diesem, kriegen wir das so ein bisschen größer? Ja, aus diesem Bereich hier sollten die Schnallen raus sein. Sprich, irgendwo von hier bis hier wäre so eine relativ gute Gurtlänge, wenn man jetzt von einem Kurzgurt ausgeht. Beim Langgurt ist es, sage ich mal, so ein bisschen nicht ganz irrelevant, aber da ist es nur wichtig, dass der Gurt zugeht, dass die Schnallen nicht ganz unten hängen und natürlich nicht oben am Anschlag sind, dass ihr das Sattelblatt nicht mehr runter kriegt, sondern irgendwo dazwischen. Da gibt es auch eine Faustregel, wenn wir gerade schon beim Langgurt sind. Wenn der Sattelgurt eines Springsattels oder V-S-Sattels, wenn der im ersten Loch eingeschnallt ist und die Schnalle unten auf dem Boden gerade so den Boden berührt, ist es in der Regel die richtige Länge. Wenn du jetzt ein sehr dickes oder ein sehr sehr dünnes Pferd hast, dann sind diese Pferde natürlich so ein bisschen ausgenommen von der Regel, aber ansonsten komme ich damit immer ganz gut klar. Also wie gesagt, Sattel aufs Pferd legen und die Unterlagen, die ihr drunter habt, ganz egal. Wenn der Gurt im ersten Loch eingeschnallt ist und den Gurt gerade nach unten hängen lasst und die Schnalle gerade so den Boden berührt, sie soll jetzt nicht platt aufliegen, sondern einfach, wenn die sie runter hängen, soll sie gerade so ein bisschen den Boden berühren. Dann ist es in der Regel die richtig Länge. Könnt ihr gerne mal testen, könnt ihr gerne mal gucken, ob das bei euch auch so zutrifft. Ich würde mal sagen, in sieben von zehn Fällen mit Sicherheit. Aber wir switchen wieder rum, denn wenn wir jetzt vom Kurzgurt ausgehen, sollen wir aus dem Ellenbogenbereich rauskommen. Das heißt, ab hier so könnte hier die Schnalle liegen, dann wäre das in Ordnung bis halt hier oben. Natürlich sollte es nicht so lang sein, dass es über die Schabracke geht, sondern es soll im besten Fall, wenn ihr so hochgurten möchtet wie möglich, wenn der Sattel voll angegurtet ist und jetzt haben wir hier die Schabracke, so zack, 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 dann könnte es gerade so ein bisschen hochgehen, wenn er natürlich jetzt voll angegurtet ist. Jetzt gibt es dann natürlich auch Pferde, die sich super aufblähen oder die einfach Probleme mit haben. Ich habe auch wirklich Pferde, die, wenn wir quasi Sattel ausprobieren, die einfach sich so stark aufblähen, dass ich den Gurt kaum zubekommen und dann nach ein, zwei Runden reiten, kann man so weit nachgurten, dass man relativ weit oben ist. Daher ist es auch wirklich hilfreich und nutzvoll mit einer Gurtverlängerung zu arbeiten. Denn wenn man auf einen längeren Sattelgurt gehen würde, wäre dann natürlich irgendwann dann zu lang, wenn das Pferd wirklich sich so doll aufblähen kann. Da ist wirklich in so einem Fall eine Gurtverlängerung ganz hilfreich. Ist zwar ein bisschen kompliziert, wenn man dann einmal so ein bisschen umschneiden muss oder man sagt einfach, man nimmt einen Gurt, der einen leichten Gummizug hat, beziehungsweise einen eher festen Gummizug oder noch anders gesagt, ein Gummizug, der sich nicht überdimensional weit ausdehnen kann. Das schon mal dazu, das schon mal zur passenden Gurtlänger. Ja, jetzt die nächste Frage. Gummizug, kein Gummizug, was ist gut, was ist schlecht? Ich persönlich finde, ein Gummizug eines Sattelgurtes, den man, wenn wir jetzt hier den Sattelgurt haben, hier die Gurtschnallen, hier dazwischen ist der Gummizug, den ich einfach so auseinanderziehen kann, ist nicht gut, weil der einfach viel zu nachgiebig ist. Wenn man jetzt aber an einen Springsattelgurt denkt, dann sind die Gummizüge da ja so fester, dass man den so mit den bloßen Händen kaum dehnen kann oder wenn überhaupt mini-minimal und sowas gibt es ja auch im Dressur- oder im Kurzgurt- Entschuldigung, im Kurzgurtbereich. Das ist dann wiederum was anderes, denn da hat man nicht so das Problem, dass man den Gurt permanent überspannt. Das ist immer sowas, da kann man sich jetzt aber wirklich drüber schreiten. Der Nächste sieht es vielleicht ganz anders oder hat dann eine andere Ansicht zu. Das ist wirklich so ein Thema, wenn das irgendwo mal bei Sattlern, wenn mehrere zusammensitzen, angeschnitten wird, dann musst du nur das Thema Sattelgurt anwerfen und dann geht da eine Diskussion los. Da ist alles zu spät und da ist nach drei Stunden quasi immer noch kein Ende in Sicht. Deswegen meiner Meinung nach entweder kein Gummizug oder ein Gummizug, der relativ fest ist. Wenn du jetzt natürlich ein hypersensibles Pferd hast, habe ich auch schon Kunden gesehen, die einfach berichtet haben, was ja auch total klar ist, dann die also den Gurt haben mit schon einem weichen und leichten Gummizug und es hat super funktioniert. Also man muss halt wie hier immer im Einzelfall gucken, was passt für dich und für dein Pferd am besten. Das kann man nicht pauschal sagen. Meiner Meinung nach, wie gesagt, ich bin jetzt kein so ein Gummizugfreund oder halt eben einen etwas festeren Gummizug. So ich habe jetzt hier noch mal ein paar Gurte aufgemacht, die wir uns einmal angucken können. Jetzt machen wir das hier einmal zu. Das hier auch weg. Das auch weg. So, da haben wir zum Beispiel einmal hier von Stippen diesen Äquissensgurt. Da gibt es ja auch für und wieder für den Gurt. Ich persönlich habe vermehrt positive Erfahrungen damit gemacht, weil der Gurt einfach hier unten, er ist hier oben, hier ist er verbunden und hier unten ist offen. Da ist eine Öffnung und da ist eine Öffnung. Und über diese Gummizugkringel hier in der Mitte kann der Sattel etwas elastisch mitarbeiten. Mal gucken, ob es hier noch besser sieht. Genau, das unten drunter ist angeklettet. Das gibt es in Lammfell, Leder und Neopren, so dass man sich quasi das für sich und seinem Pferd passende Unterpolster eben aussuchen kann. Wie gesagt, ich meine, früher konnte man den kostenlos testen bei Stippen. Ob das heute noch möglich ist, das weiß ich nicht genau. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr guter Gurt und ich hatte bei Pferden, die wirklich Probleme mit Gurtzwang haben oder sonstiges, habe ich den Leuten den Gurt mal zum Testen gegeben und nach ein paar Tagen war wirklich ein deutlicher Fortschritt erkennbar nur durch Auswechseln des Sattelgurtes. Also das macht schon unfassbar viel aus. Das heißt aber nicht, dass es jetzt der Wundergurt ist, der alle Probleme erhält, sondern das ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Sattelgurt. Parallel dazu habe ich noch einen, der ähnlich funktioniert in meinen Augen. Das ist der von Euroriding. Der hat hier eben den Gummizug in der Mitte über eine ganz große Fläche verteilt, der aber auch relativ fest ist und hat auch hier unten noch so ein Polster mit drunter. Phänomenal guter Gurt. Habe ich jetzt auch schon, wie gesagt, sehr oft bei Kunden gesehen und finde das wirklich einen sehr, sehr guten Gurt, weil er auch eine große Auflagefläche, große Druckverteilung hat. Aber natürlich nur dann, wenn dein Pferd auch genug Platz hat, dass der Gurt da Platz finden kann. Was ich auch persönlich noch sehr gut finde, ist von Acavalo hier ein Kurzgurt aus Kunststoff. Also das hier oben ist alles Kunststoff mit so einem Gelpolster unten dran. Das ist ähnlich vom Typ her. Wir haben hier so ein Gelpolster unten dran. Das ist ähnlich wie bei dem Euroriding Sattelgurt. Der hat ja auch so ein Gelpolster unten drunter. Finde ich persönlich eine sehr gute Sache. Dann haben wir hier natürlich noch einen ganz einfachen Sattelgurt. So schlicht, einfach und gut. Das Neopren-Kurzgurt von Kiefer. Das sind so die All-Time-Favorites, die All-Time-Runner. Ich bin nämlich immer der Meinung, wenn dein Pferd kein Problem mit einem Sattelgurt hat oder eigentlich mit ihr mehr oder weniger allem gut klarkommt, nimm einfach so einen einfachen Neopren-Gurt. Kannst du in der Regel nichts verkehrt machen. Wenn natürlich die Probleme anfangen und du merkst, du hast Scheuerstellen in der Sattellage oder Scheuerstellen in der Sattellage oder sonst irgendwelche Probleme oder dein Pferd reagiert auf irgendeine Art von Material komisch, dann musst du dich natürlich dran machen und musst erstmal durchtesten, weil dann kann man ja nicht sagen, okay, das liegt jetzt genau da dran, denn ich habe oft die Probleme, dass die Kunden gar nicht wissen, woher das kommt. Oftmals kann eine Scheuerstelle in der Gurtlage auch ein Indiz für einen unpassenden Sattel sein. Wenn nämlich natürlich in der Sattellage zu viel Bewegung drin ist, dann ist diese Bewegung, die in der Sattellage vonstatten geht, wenn der Sattel nicht passt, überträgt sich auch auf die Gurtlage nach unten, weil wenn der Sattel oben zu stark in Bewegung kommt, hat der Gurt unten dementsprechend auch viel Bewegung und allein daher können auch Scheuerstellen kommen. Also es muss nicht sein, dass es mit einem anderen Gurt getan ist, sondern in so einem Fall vielleicht einfach erstmal den Sattel checken lassen. Wenn ihr vorher keine Probleme damit hattet, dann kann es wirklich von einem unpassenden Sattel auch kommen. Also nur mal das nebenbei. Aber grundsätzlich rate ich persönlich immer dazu, wenn es keine Probleme mit einem Sattelgurt gibt und ich gefragt werde, was soll ich denn kaufen, gebt nicht zu viel Geld aus, kauft euch einen guten einfachen Gurt, denn da kann man auch wirklich sehr viel Geld ausgeben und man braucht es gar nicht mal unbedingt. Genau, wenn man aber wie gesagt Probleme hat, ist einmal dieser Sattelgurt von Euroriding ist sehr gut, der von Stüppen ist wirklich auch phänomenal gut oder man geht auf so einen Lammfellgurt von Mattes. Hier habe ich jetzt mal den Mondgurt uns rausgesucht. Der Mondgurt ist ja gegen, also ist dafür gemacht, wenn Sattel nach vorne rutschen. Dafür ist eben dieser Mondgurt mit dieser Biegung hier und den Ausschnitten, dafür wurde der entwickelt. So und dann haben wir noch als Pendant zu guter Letzt einen von Prestige. Gibt leider kein besseres Bild, denn die Besonderheit ist dieser Kringel hier unten drunter. Also es ist wirklich ein Kringel, müsst euch vorstellen, der Sattelgurt an sich ist so hoch, der Kringel in etwa ist so dick und der geht quasi hier einmal, geht hier einmal unten drunter entlang. Der ist in etwa, ja von hier bis hier, ist hier so, ist hier etwas dicker, was wir da haben, so drei, vier, fünf Zentimeter aus einem weichen Schaumstoff, der da drin ist und in der Mitte ist quasi wie so ein Hohlraum kann man es jetzt nennen. Jetzt gucken wir mal in der Beschreibung, ob da noch etwas Interessantes dabei steht. Sattelgurt bestehend aus einem innovativen, runden Brustteller, in dessen Inneren ein entsprechend angepasster Ressort Sattelgurt verläuft. Dies hat folgende Vorteile. Es werden fast alle seitlichen Bewegungen annulliert, weil der Sattelgurt innerhalb des innovativen Brusttellers gleitet. Der Druck wird gleichmäßig über eine größere Fläche verteilt. Die spezielle Form des Brusttellers, der außen durch ein bombiertes, rundes Profil und innen durch drei ovale Einsätze aus sehr weichem Material gekennzeichnet ist, schafft ein Luftkissen, das den Druck weiter verringert. Erhältlich mit Elastikzügen auf beiden Seiten. Okay, ich hoffe ihr konntet damit was anfangen. Ich gucke noch mal eben schnell, ob ich da noch ein anderes Bild von finde, denn es ist wirklich sehr interessant. So, hier haben wir noch mal ein Bild von unten und da sieht man wirklich, dass das hier, wie gesagt, das ist relativ dick und wenn der angegurt würde, der zeugt hier unten wie so ein Vakuum. Habe jetzt auch schon bei vielen Pferden gesehen, dass die wirklich gut laufen damit. Wenn ihr aber ein sehr schmales Pferd habt, dann wird dieser Teller hier unten zu breit. Also dann gibt es damit wirklich Probleme. Das muss man natürlich auch im Einzelfall gucken. Aber grundsätzlich kann ich nur sagen, der Sattelgurt funktioniert gut bei den Pferden, bei denen ich es gesehen habe. Aber auch wie hier gilt, es kann man nicht pauschal auf alle Pferde übertragen. Ich hoffe ihr konntet mit meinen Infos hier ein bisschen was anfangen. Ich hoffe ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ist hier unten euer Platz. Wir werden auch auf jeden Fall noch mal ein Video zu Sattelgurten machen, wenn wir mal wieder am Pferd sind. Das ist leider nur noch ein bisschen so schwierig für uns, das Ganze zu organisieren. Aber da wird auf jeden Fall noch ein Video dazu kommen. Würde man sagen, in den nächsten Monaten irgendwann. Genauer kann ich es leider nicht eingrenzen. Genau, wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, hier unten ist euer Platz. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bis dahin machts gut. Ciao.